im moment schwarze johannesbär angebaut und wir können unser feld hier ernten das wird dann denke ich auch gleich mal passieren die brauchen wir dann und dann brauchen wir zum beispiel auch noch ja hier nahrungsverarbeitungsbetrieb ölfabrik fabrik für tiefkühlfrost das brauchen wir alle ich kann jetzt hier bei meinen schiss brauchen ja auch noch die tier naga kapacität